alles klar mbh so ach du scheiße so soll ein abgrund geben der direkt über dem minus was sehe ich nicht sich absolut nicht mit dem man die mine direkt erreicht ist ein versteckter zugang oder so wir gehen ans dorf der ornis wir waren ja nur am anfang im dorf der orni wir können auch noch mal gucken ob wir zu einer rüstung kaufen wir haben nur ein rüstungsteil von denen und der hebra rüstung dorf der orni ist glaube ich nicht mehr so kalt jetzt weil wir den tempel haben und alles aber im hebra gebirge selber aber dann müssen wir gar nicht so nach hebra rein ich dachte wir müssen halt irgendwie oben in die gebirge rein und von da gibt es einen abgrund der direkt in die mine führt oder so so ein zugang und hier soll jetzt der croc da einfach steht und zuguckt so hallo guten tag so war die hier kann man trick 17 anwenden irgendwo guten tag ich wohne jetzt hier den habe ich auch nicht ich auch kein geld hallo kannst du mir ein bisschen was abkaufen ich habe nämlich so viel kristalle bekommen für steine hier wo ich habe 24 opale what weg damit in deren stein brauche ich nur für eine quest braucht die 10 bären steine wie viel geld brauchten wir für die waren wir verkaufen einfach hier von noch mal zwei hier von auch welche von den wertvollen juwelen lasse ich mir auf jeden fall welche über aber die kann ich bestimmt noch brauchen die sind auch so teuer sternensplitter ne okay aber jetzt kann ich mir schon mal eben einfach wenn ich schon mal hier bin die rüstung kaufen und den helm okay so das heißt jetzt soll es ein kocht jemand hoppala abgletscht ein zugang geben man konnte ja früher auch nicht richtig klettern überall weil hier alles vereist war war ich nicht eine windmühle da was nein ich habe nicht so viele bösen also über dem ding also irgendwo auf einer dieser inseln oder wie vielleicht gibt es irgendwo versteckten zugang wo fischer lül das ist einfach eine truhe okay manchmal gibt es ja so versteckte abgründe wir haben ja schon mal so einen gefunden nur wenn der komische roboter sagt es soll einen abgrund geben dem man direkt in die mine kommt kann der gar nicht so weit weg sein von dem wo ich hier jetzt bin eigentlich weil die mine dürfte ja nicht so wahnsinnig riesig seine du hast nämlich hier ja überall wasser drumherum du hast ja keinen zugang mehr du hast ja nicht mal mehr hier eine brücke das heißt du kommst gar nicht anders irgendwie in diese mine außer durch irgendwo ist auch eine truhe außer von irgendeiner dieser inseln hier weil ja die die der untergrund ist ja das gespiegelte der oberwelt quasi also alles was hier wasser ist es unten hohe berge du kommst gar nicht dran vorbei das heißt es muss hier irgendwo eine höhle geben oder was wo dann so ein versteckter zugang drin ist oder so aber wie ist dann koga da reingekommen hier gucken wir mal im dorf wer ist er hier hallo oh gut dass ich mit ihm gesprochen habe das hätte ich ja nie gefunden alter alter gut dass ich mit ihm gesteckt tatsächlich das hätte ich ja nie gefunden alter gibt mir den ei 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 das hätte ich ja nie gefunden das hätte ich ja nie gefunden ups alter schwede aber so kleines loch in der wand ok nice da klettert er runter der sprung war zu hoch ich bringe 3000 kilometer in den abgrund aber das war mir zu heikel da da musste ich mich mal eben festhalten und rückwärts runter gehen wozu braucht man diese ganzen über lichter also ich habe ja schon mal ein zwei händler gefunden die mir sowas verkauft haben aber ich finde ja viel mehr ehrlich da ist dass wir das irgendwas bringt also gefühl zumindest okay hier ist gleich die kampf arena da der sitzt da einfach er betet oder so okay es ist vollbracht also nun unsere ultimative waffe das geschenk für den dämonenkönig frisch reaktiviert die musik ist gerade dramatisch gerade ach schildkröcke zu den tiefsten Tiefen in der Schloss Firole, wo der Dämonenkönig sein soll. Okay, ich hatte es zumindest schon gedacht, dass der da ist. Au. Au, was? Wieso habe ich ihn nicht... What? Wieso habe ich ihn nicht getroffen? Au. Au. Das juckt ihn halt nicht, ne? Ja, ich kann nichts machen. Er schiebt mich trotzdem weg, weil es ihn nicht interessiert. So, ich muss keinen einfach runterschießen da. Oder aber viel Leben jetzt. Ja, okay, das ist ja nicht so schlimm dann. Ich muss mit dem Roboter gegen ihn kämpfen. Ich habe halt nur Kack-Waffen, das ist auch ein bisschen das Problem. Ich habe halt nicht so viel coole... Ich habe nur so zweihändige Scheiße. Au. Au. Er trifft ganz schön hart, wenn er mich... Wenn er mich einmal haut, ne? Nein. Ach Mann, der steht halt immer im Weg. Aber wie soll es jetzt gehen? Au. Okay, wie soll ich das jetzt machen? Au. Okay, die kann ich nicht mal greifen. What the fuck? Soll das noch eine? Na klar. Hä? Alter. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Kann ich mir die an meine Waffe ballern? Die Steine, die er gleich macht? Mach doch mal was! Maka. Ach Kollege. Nervt doch nicht. Ah cool, moin. Kann ich nicht. Aua. Okay, wie geht das? Ach nein. Nein. Da, ich weiß nicht. Keine Ahnung, Mann. Schlag doch... Ach so, mit R schlage ich. Na klar. Nein, ich möchte doch nur sprinten. Und das ist eine ganz... Das ist halt so par Kacke, dass du eine ganz andere Steuerung hast mit diesem Scheiß-Roboter als mit... als mit Link selber. Aber es ist so beknackt gemacht, ey. Wirklich. Alter. Da trifft er mich. Das nervt. Hä? Ja, und nu? Hä? Okay, dann habe ich ihn geschockt. Dann hört er kurz auf mit seinem Hampelkram. Und dann ist es vorbei, oder was? Hä? Ich verstehe das nicht. Jetzt brennt der. Toll. Aber es juckt ihn halt alles nicht. Ich weiß halt nicht mal, wie ich diesem... Ich kann halt diese Scheiße nicht mal... Also nicht mal reflektieren quasi. Also nicht mal... Und da explodiert sie natürlich nicht, ne? Neben ihm. Das wäre ja zu einfach. So, ich kann ihn damit... Kann ich ihn nicht. Was kann ich mit diesen Dingern machen? Hm. Auf jeden Fall fand er das irgendwie nicht witzig. Autsch. Und das mit Bomben? Nö. Bombe bringt auch gar nichts. Ja. Dann sagt er, sein Roboter ist kaputt. Und dann... Also... Aha! Na sieh, einer guck. Jetzt steigt doch ab! Mann! Alter, wie? Jetzt steigt der nicht ab, Alter. Diese Roboter-Kacke ist so Mist, ne? Sorry, aber das ist so nervig mit diesem Scheiß-Roboter. Ah, wie block ich nochmal? Mal. Klar, das juckt mich schon, ne? Ist klar. Okay. Oh, Alter. Du Nervensäge. Nee, keine Lust. Ich interessiere nicht so. Also ich spiele nicht so mit den ganzen Kombinations-Geschichten. Geht ja auch so. So, Koga, du Arschloch. Das war gemein. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Oh, der bombt sich wieder selber weg. Was ist das für ein Quatsch einfach? Das war so klasse, dass er sich selber in den Arsch schießt. Okay, tschüss. Okay, beim nächsten Spiel kommt er dann in den Himmel wieder vor. Siehst du? Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Okay. Okay. Okay, jetzt habe ich aber auch einen Hinweis bekommen, wo Ganondorf sie auffällt. Das ist schon mal gut. Was? Suche stets dort, wo sie auf der Oberfläche markante Dörfer, markante Orte wie Dörfer und Siedlungen befinden. Okay. Yes. Nice. Money zur Not. Zur Not. Money. Erstmal wieder schleichen. So, der gibt mir jetzt wieder irgendeinen komischen Bauplan. Flo. Oh. Wie viel es davon wohl gibt? Raketen, Schussrampe. Okay. Ach so, da kannst du dich nach oben schießen. Mit dem Ding. Okay. Na ja. Doll. Ist da oben eine Plattform? Wait, das will ich jetzt ausprobieren. Das ist ja geil. Ja, cool. Sehr lustig. Hallo, Droh. Hallo. Hallo. Oh. Und runter. Oh. aus seinem persönlichen Vorrat geklaut. Okay, aber ich kann jetzt ja eh nicht mehr. Ja gut, ein paar hätte ich kaufen. Könnte ich kaufen, ne? Hm, okay. Okay. So. Also, wir haben jetzt einen Hinweis gefunden, wo sich Garnondorf befindet. Ich gehe jetzt nochmal eben dö 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 dö. Wo war es denn? Äh, hier. Ist doch der Batterie-Mager. Wir können vier neue Batteriezellen uns holen. Okay. Und dann mal gucken, ob wir nicht mal schauen, wo der liebe Garnondorf sich befindet. Aber wir sind mit Waffen nicht so geil ausgestattet. Also, eigentlich müssten wir irgendwie noch richtig coole Waffen finden vorher. Aber es ist halt nicht so einfach. Na, wir haben halt leider nur oder ganz viele so zweihändige Mistwaffen, die echt nicht geil sind. sehr cool. Blup. Okay. Das Ding ist, die meisten oder coole Waffen findet man halt im Untergrund, ne? Da sind natürlich einige, die mich triggern, dass da so ein Loch ist, ne? Gehen da jetzt hin. Dass da so eine Kerle so ein Loch ist, das funktioniert so nicht. Das geht so. Geht nicht. rein in den Abgrund. Oh, lass mir das machen. Da ist ein Zelt. What? Loll. Kannst du mal einfach runtergehen, bitte? Das ist einfach ein Zelt. Boah, riesige Karte aufgedeckt. Aber immerhin das Loch gefüllt hier. Sonst, äh... Wo war das Zelt? Da. Hallo, Entschuldigung, wer sind sie? Es leuchtet. Ja, das stimmt. Das Licht scheint tatsächlich reinigende Kräfte zu haben. Ah, cool. Vielen Dank für deinen Follow. Wow, das ist so ein... Ah. Ach, du Arschloch. Unfassbar. Komm her. So ein Arsch. Er hat sich extra ein Zell mitgebracht, damit er nicht auffliegt. Das ist ja ein lächerlicher Typ. Okay. So. Hier ist ja auch noch diese Geschichte mit diesen Augen, die wir ja in die Tempel, in die Dings geworfen haben. In diese Abgründe hier. Da haben wir ja Augen reingeworfen. Und angeblich soll man das irgendwo hier hinbringen. Über diese zentralen Mine. Ich habe ja nie gefunden, wo man die hinbringen soll. Ich habe keine Ahnung. Mir wurde aber mal gesagt, das ist irgendwo hier in der Nähe. Also nicht spoilern, aber wir gucken uns einfach nochmal um. Weil die hat gesagt, da wo irgendwie, also unter diesem Tempel, also irgendwie theoretisch hier. Ups. So. Wir haben hier den Tempel. Das heißt, potenziell müsste man die ja irgendwo hier hinbringen. Kann ich nicht hier durch die Decke? No. Irgendwo hier hinbringen. Hinbringen. Weil da ging es sogar weiter. Hm. Vielleicht oben rauf? Das ist aber super mühselig, einfach die ganze Zeit diese scheiß Augen mit sich zu schleppen. Hallo. Oh, hoppala. Ups. Afglitscht. Das macht gar keinen Sinn, hier durchzugehen. Das dauert gefühlt länger, als die Treppe zu nutzen. Äh. So. Hier vielleicht irgendwie? Das sieht halt irgendwie nicht so aus. Zumindest nicht, dass man die jetzt hier irgendwo reinlegen kann. Ich kann sie da natürlich hinbringen und hinlegen. Dann liegen sie da. Denken man sich auch. Danke. Vielleicht ist das ja wirklich so, dass sie... Aber wenn ich sie nachher alle hier hinschleppe und dass sie nicht hier ist, dann ist sie auch wie dumm. Hm. Merkwürdig alles. Stapf da so. Alles komisch. Also ich meine, natürlich kann man sie hier hinbringen, aber... Mir ist nach, wenn das halt nicht richtig ist, dann hast du dich den ganzen Weg umsonst gemacht. Mit den Dingern. Aber die sagte... Unter den... In den Ruinen unter dieser... Dings hier. Theoretisch ist die Ziterelle ein bisschen weiter hier, aber hier sieht es noch weniger dann noch aus. Weil hier unten ist nur... Oder ist das hier unten irgendwie? Oh, hier geht's... Oh, hier! Leih! Hier geht's einfach runter! The fuck? Hier! Sieht ja gar nicht creepy aus, das Ding mit vier Augen. Okay, wir haben es gefunden! Jetzt müssen wir die Scheiße nur hierher schleppen. Nein. Sieht so ein bisschen so aus wie diese große Statue im Geistertempel bei Green of Time. über drei Stockwerke und so. Da ist eine Truhe. Lül! Oh, cool! Das ist gut. Okay, dann ist jetzt die Frage... Die sind ja logischerweise bei den Abgründen hier die... die Dings... ich würde glaube ich hier hingehen und da gucken wir ob wir uns irgendwas basteln können mit dem wir fliegen können. Oder so. Wo wir die mitnehmen können. Und dann können wir durch die Gegend pesen und dann können wir die alle einsammeln und einmal da hinbringen. Okay, also ungefähr... Äh, falsch. Sag mal! Oh, hier lang. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da, wo ich sie hernehme, dass da auch Materialien liegen. Hier ist das so tief, wenn du das da unten irgendwie lang transportieren sollst. Ach, es sind... Ne, es sind zwar Schienen da, aber da vorne nur so ein Stückchen, ne? Obwohl, doch. Es fahren Schienen. Wait. Zumindest bei dem hier vorbei. Ah, wir gucken mal. Oh, da lang. Hm. Können doch mit irgendeinem Wagen fahren. Du Kröde! Okay. Da unten liegt es. Na klar, unten. Na klar, warum nicht oben? Na klar, unten. So, Arschlochauge. Aber Materialien liegen hier nicht wirklich. Hm. Oder ist das so die Challenge, dass du jedes Auge da so ein bisschen anders hinbringen musst eigentlich? Willst du mich verarschen? Ich dachte, beides ist die... Wo ist das Auge? Ey! Ist einfach weggeflogen, ey. Stell dir vor, es litscht so weg. Ich dachte halt, beides wäre die Plattform. Frech. Ja, ja, nun verbraucht man nicht meine ganze Batterie hier. Okay, das heißt, scheinbar muss ich den hier, oder soll ich den hier quasi mit dem, so einer Lore mitnehmen. Ja, sonst machen wir das jetzt. Komm. Ups. Warum kommst du jetzt? Ruhe. Und damit wir ihn nicht verlieren, ist das jetzt unser Scheinwerfer vorne. Wollen wir eine Rakete ranschrauben? Nee, lassen wir. Ja, wir fahren einfach. Wir fahren einfach so. Oh, das Ding macht sogar Licht. Ach nee, ich habe einen Scheinwerfer vorne vor. Ich dachte halt... Ach, da war... Ich sehe überhaupt nichts. Können wir hier irgendwo stoppen? Warte mal. Na, wir müssen aber noch ein Stückchen. Das wird den Miner am Himhüljatal. Crazy. Da hätten wir nur eine Batterie mitnehmen können. Scheiße. Ich würde wahrscheinlich... Ach, hier müssen wir eh stoppen. Halt. Oh, das ist knapp. Der ist ja so abprallt, ey. Ein schönes Auge. Hier müssen wir eh auf eine neue Schiene setzen. Ähm... Ich würde aber jetzt hier gucken, ob wir das andere Auge auch gleich mitnehmen, oder? Weil ich meine, das ist ja hier irgendwo. Oh, es ist da oben. Na klar. Na, fuck. Na klar, es ist einfach viel höher. Natürlich. Hm. Ach, scheinbar sollen wir das hier so nicht machen. Dann machen wir halt nur eins. Äh. Wo kommt ihr jetzt wieder her? Was ist das schon wieder für ein Mist? Warum wirfst du mit Steinen? So, mach mal auf. Hm. Hm, 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 hm. Das ist ja ärgerlich, dass der da oben ist, dass wir den nicht einfach so mitnehmen können, ne? Das geht schon. Abflug! Ups. Ähm. Ja? Fast. Puh, das ist doch knapp. Oh, hier will man on the fly. Reparatur. Ah. Alles gerettet. Alles gerettet. Ich dachte, die Raketen bringen mehr. So eine Scheiße. Was? Kann man doch nie ahnen. Was muss ich denn noch? Ach, man bringt das hier direkt hier unten hin. Und deswegen muss man hoch. Ach, du Scheiße. Es ist halt tatsächlich so, dass das da immer abprallt, ne? Und wie der einfach eiskalt zurückfahren will, ne? Ist halt ein bisschen nervig. Okay. Bin ich jetzt einfach ganz oben? Ja. Okay. Hey, Nummer 1 geschafft. Hey, hey. Alter Schwede. Was da reinschieben oder was? Jawohl. Okay. Dann können wir jetzt... Warte mal, wir gehen da nochmal hin und holen das andere, was jetzt da oben auf der Plattform ist. Oh! Der Fingerquest! Okay, da war das, oder? Ne, da. Da, okay. Okay, wie kommen wir da vernünftig hin? Haben wir... Wir haben da drüber auch kein... Dings mehr, ne? Kein Teleportationspunkt oder so. Ah, ich befürchte, wir müssen so ein bisschen außen rumlaufen. Scheiße. Hm. Nervig. Ich hoffe, wir kriegen da was zum Fliegen, zum Basteln. Komische Augenaufgabe. Machauge. Schade. Ich dachte halt am Anfang, man könnte die alle einsammeln und dann einfach abgeben, ne? Aber es ist scheinbar nicht so. Oh je. Der hält mehr aus, oder? Au. Hä? Oh. So habe ich noch gar nicht Physik gehabt. Warum guckst du durch den Boden? Tschüss. Ich glaube, das ist ein normaler gewesen, ne? Dann brauche ich nämlich sein Horn. Ah, ne, den brauche ich. Genau. Den brauche ich für irgendeine Waffe zum Upgraden. Ich glaube, zu der Zora-Rüstung oder so. Den haben wir tatsächlich noch nie gedroppt. Weil die immer irgendwie nicht... Weiß ich auch nicht. Die haben immer nur die Hörner. Genau. Die hatten immer nur irgendwie die Hörner. Ich loote erstmal. Ach, hier sind noch Gegner. Ah, habe ich gar nicht gesehen. Oh. Großes Tsunami. Nehme ich. Das ist ein Oblin. Ist ja lächerlich, du Knecht. Ah. So, jetzt sind wir über den. So. Da ist das Auge. Alles klar. Hier ist nichts zum Bauen. Also müssen wir die Treppe hoch. Und ich denke, man baut was zum Fliegen, oder? Also müsste eigentlich. Ja. Ja. Safe. Sehr gut. Ja. Safe. Ja, brauchen wir auch gleich. Haben wir noch einen? Ja. So. Dann müssen wir den mal rankleben. Nicht, dass wir den unterwegs verlieren. Hallo? So. Ah, lenken. Brauchen wir auch. So. Okay, machen wir ganz schick. Scheiben wir einfach vorne vor. Ja, einer reicht. So. Achso. Wir sollen sie auch noch auf die Startbahn legen, sonst... Abfahrt. Abflug die gerne. Ja. Ja, und sowas dachte ich halt, dass man das die ganze Zeit einfach sich baut und dann einfach die ganze Zeit irgendwie damit rumfliegt. Aber irgendwie... So, wir landen aber jetzt hier vorne vor. Sicher, sicher. Nicht, dass wir... Äh... Gleich mit dem Auge irgendwie ganz nach unten fallen. Und dann müssen wir den ganzen Weg laufen. You know? Okay, zwei schon mal. Buch. Okay. So, und hier ist beim... Bei dem einen ist auf jeden Fall dieser Teleportationspunkt. Das ist halt nice. Das heißt, da sind wir sehr nah dran. Und da weiß ich, dass man ein Auto baut. Oder ein Auto bauen kann. Das habe ich schon mal irgendwie angefangen. Aber das Auto kostet halt so super viel Sprit oder Batterie, besser gesagt. Und ich hatte damals gar keine Batterie zusätzlich. Wodurch das für mich voll anstrengend war und ich da keinen Bock drauf hatte. Dann bin ich mit dem Auge irgendwie drei Meter gelaufen. Weil ich dachte, ich bringe das da einfach hin. Da habe ich schon keine Lust mehr. Wir können auch fliegen. Das ist ja viel geiler. Weil da ist nämlich so ein Schlitten. Der rutscht doch, ne? Da kann man doch... Da kann man doch den einfach draufpacken. Fliegen ist doch viel witziger. Aber diesmal scheiß auf Scheinwerfer. Brauchen wir nicht. So. Gucken wir mal, ob das klappt. Und... Sind wir überhaupt richtig? Ja. Scharf Backbord. Wir schießen... Macht die Kanonen feuerbereit. Attacke. Aber ich wünschte, man müsste halt wieder so... Oder man würde so ähnlich wie bei... Bei Breath... Ne, bei Wind Waker. Wo man da auf den Schiffen immer unterwegs ist. Also auf dem... Auf dem Meer. Und hat dann irgendwann seine... Seine Kanonenkugeln und so. Und kann immer mit... Anderen Schiffen sich so bekriegen da irgendwie. Das war immer geil. Warte mal eben. Eben gucken nicht, dass ich es irgendwie zu weit runter schmeiße. Ich seh da nichts. Nice. Autsch. Sowas würde ich mir immer wünschen, dass das wiederkommt. Da kannst du richtig so Seeschlachten machen. Mit deinem kleinen Kanonenboot gegen die anderen Kanonen. Türme und Boote. Das war immer voll geil. Jetzt hab ich Bock auf Wind Waker. Wir wollen ja hier nochmal ein nächstes Spiel, was wir streamen sollen. So ein Rollenspiel oder so. Wenn ihr Ideen habt, lasst es mich gerne mal wissen. Zack. Das dritte. Nice. Nur noch eins. Wie? Ich kann mal den beten? Hä? Egal. So. Das ist das Letzte. Da können wir aber ja fast besser hinlaufen. Weil ich glaube, die anderen Sachen sind alle nicht so in der Nähe. Oh, dahin fliegen. Wir haben mal sein Flugzeug gebaut. Zwei sogar mittlerweile schon. Oh Gott, hab ich Angst gehabt. Was man da einfach runterfällt. Wir müssen doch in die Richtung. Nö. Irgendwie nicht. Wir müssen in die andere Richtung. Ja, irgendwie so. Und dann ein bisschen Bedrohung erkannt. Hä? Wie Bedrohung? Was willst du? Kannst du mal? Hallo? Was ist denn jetzt los? Kannst du mal losfliegen? Wir müssen doch... Ja, da lang. Komm schon. Und... Vorsicht, Mauer! Wir müssen hochziehen, hochziehen! Junge, du solltest hochziehen, du Arsch. Da hinten, oder? Ja. Wieso blinkt der so? Aber hier haben wir wieder Gleise, mit denen wir was machen können, glaube ich. Hier sind doch wieder so Gleise. Guck. Führen die denn zurück? Ja, die führen zurück. Können wir lieber mit Gleisen auch was machen? Erstmal wieder festkleben. Räder brauchen wir nicht. Das brauchen wir. So, das reicht schon. Guck mal. Guck mal. Ach, du Scheiße. Nice. Direkt hier angekommen. Das ist ja perfekt. War ja der einfachste von allen. Okay, mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich da alle vier eingesetzt habe. Das war noch mal. 一定 passt. urzeiten wurden meine augen gestohlen und versiegelt habe ich jetzt den bösen geist befreit oder was so wartete ich auf jenen der meine stimme zu hören vermachte was ich mir aussuchen was ich will hat das ist ja krass eigentlich mit gerechnet ich ehrlich hat mir nicht ihr lichter was okay man kann alle waffen die man einmal gefunden hat noch mal wieder finden kaufen wenn man die einmal gefunden hat das ist das ist nice irgendwie das heißt ich könnte die beiden theoretisch benutzen man könnte sie wieder kaufen aber wir brauchen natürlich die dunkelhose habe ich doch aber ach nee das ist mein inventar da oben stimmt stimmt dunkel gewand habe ich okay dann kaufe ich mir jetzt die dunkelhose bringt doch aber gar nichts oder außer dass sie cool aussieht was bringt das noch resistenz gegen miasma okay ist auch so ein überlicht käufer einfach im grunde